und ich habe ein zwei sehr sehr hilfreiche kommentare bekommen und zwar von sachen die teilweise schon recht häufig erwähnt wurden aber man überliest hier gerne mal ein zwei sachen und zwar die tannen hier die werden gar nicht größer als zwei blöcke das heißt ich kann theoretisch die alle abholzen und so lange den baum zauber sprechen bis da die größeren auftauchen nämlich die da oder die da und wenn wir dann so groß sind dann muss ich sie nicht ganz abhacken sondern einfach so werden nur die oberen drei blöcke abgehauen und das regeneriert sich dann wohl da hätte ich eine richtige baumfarm ist allerdings eine menge arbeit aber das kriegen wir hin so du weg du weg doppelte geschwindigkeit der probieren das einfach mal aus also plan ist es eine baumfarm hinzubekommen von bäumen die mindestens drei blöcke groß sind die werden regelmäßig immer ab dem zweiten block was ist komisch so war das nicht geplant ja okay vielleicht geht das bei den anderen bäumen müssen wir hier mal testen also ich hätte gerne ein portal hier ich hätte es gerne da oben gekappt in erhofft nur dass dann nur die oberen drei blöcke weggehen weg mit dir und 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 nö schade das ist echt schade also entweder habe ich da jetzt irgendwas falsch verstanden oder es hat nicht so geklappt wie es geplant war vielleicht war es auch nur eine theorie dass man sie oben abkappen kann und dann bleibt der rest bestehen das finde ich richtig schick gewesen dann hätten wir zum einen schneeschutz den dauerhaften und zum anderen endlos holz ohne andauernd nach farmen zu müssen so das muss alles runter das muss alles weg und die kriegt hier ein portal nach hause so das da unten auch weg das alles weg zwischendurch das ansaugding dass sogar sache hinterm schnee wegsaugt ist echt cool aber ja ansaugding benutzen wir den zwerger nicht so viel hin und her laufen müssen das weg, das weg, das weg so das weg das weg das weg das weg so und hier unten das müsste alles eigentlich auch einmal weggehauen werden und den halt durchdörter setzt und die Tiere müssen die bis alle weg oh ähm was was wie was das 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 möchte gern ein portal das ist unerwartet ausrüsten tränke hier auch jemand du brauchst einen Heiltrank der wird jetzt hoffentlich von dir auch benutzt Lenkor wo ist Lenkor da ist Lenkor trinkst du niemand gerade einen Trank ausrüsten Lenkor hat den Trank nicht getrunken das war die nächste Theorie von mir also wir hatten es ja schon mal probiert dass die hier reingezogen werden und dass sie dann wenn sie es brauchen trinken sollten das klappte aber nicht jetzt dachte ich mir vielleicht ne wenn man es da hinzieht dann taucht es nicht sofort hier oben auf aber sobald er Zeit hat also das Spiel weiterläuft dann trinkt er es tut er noch nicht er läuft lieber schreiend weg was es nicht so gut ist da also hier trink trink und dass man euch tötet und ich verteile hier weiter Aufträge so alle tot? ne swush ein Knochenwirbel so weg von euch komm mit komm weg komm weg obwohl warte mal die Bäume lasst ihr erstmal da ich muss noch mehr Experimente machen nein nein ich nicht so ich will noch einen von euch einen von euch kontrollieren so sehr gut dirt 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 so geht weg geht weg genau genau so das muss kurz weggehauen werden dorthin dorthin jetzt brauchen wir dich fast gar nicht mehr doch da unten noch aber auch wirklich ganz schön weg 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 dann mal einsaugen oh ups 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 ja schmiedleerbuch sehr gut weg mit dem Schnee so raus hier da 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 raus da warum geht ihr alle in die Nische Portal kriegt ihr da hin so raus aus meiner nein raus aus meiner Nische was ist eigentlich die Standardhöhe oh Standardhöhe ist höher die ist hier dirt 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 das Vieh da unten muss sterben zack 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 schinken sehr gut einmal Schinken mitnehmen das können wir nochmal gebrauchen jetzt raus aus meinem Loch aber schnell so du weg du weg du weg du abholzen weg weg alles weg scharf weg nein nicht den den wollte ich eigentlich weg haben dann euch da raus klick 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 geht raus du auch so ja sehr interessant so das da unten muss noch aufgefüllt werden das hier oben muss alles weg so ich experimentiere mal weiter mit dem Abholzen aber der hat einfach die ganzen Baume abgeholt egal wo wir diesen Befehl gemacht haben genau sehr komisch oder gut wir brauchen hier eh nur noch sehr begrenzt Kohle irgendwann sind damit ja durch sozusagen wir brauchen immer eine neue Kohle im geringen Maß um Essen herzustellen so du weg ja das ist alles keine Erde hier aber das mache ich ein andermal erstmal hier genug begradigt und so Schnee allerdings natürlich weg bevor der sich wieder ansiedelt weg 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 oh Koblenz töten Jungs könnt euch das Holz kurz liegen lassen und töten anscheinlich na gut dann kann der Befehl auch weg so Hunger so genau jetzt alle zurück und wenn ihr da mitten im Lager seid töten Jungs auch Jungs let's play whatever die sind sehr fokussiert auf ihre Arbeit heute was ja gut ist und so aber töten Fragezeichen meh genau flupflupflupflup so hier haben wir jetzt wieder die größeren Bäume unten können wir nicht abhauen nur die Spitze warte mal nehmen wir doch mal ein Scaffolding da setzen den an den Baum ran und ups und kappen dann nur die Spitze und gucken was passiert keiner will das abhacken haben weg 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 es gab voll ding so nur die Spitze ja ganze Baum ist weg nö das geht also auch nicht schade schade hat mir da so viel Hoffnung gemacht da ist so eine permanente riesige Baumfarm hier haben könnte aber ah ah da ist wie ganz zwerg gestorben was zur Hölle trink 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 den Trank also ich gebe ihm zigtausendmal den Befehl anzugreifen dann gebe ich ihm die Befehlen nicht und sie laufen stürmend auf den Zoo und töten was soll der Scheiß wie das war laut hämchen ne jasper ist noch da nicht schön ganz und gar nicht schön so töten weg damit ich habe eine viel bessere Idee auf was wächst das Grünzeug nicht Steinwall oder doch das wächst auch kannste Oberwelt mit Blätterdach abdecken sieht bestimmt komisch aus oder zeig mal Blätterdach da da und da du weg du weg du weg du weg ja sieht komisch aus also Möglichkeiten die wir haben alles mit Schneeland auch auf Stein die einzige Möglichkeit die wir haben sind Zäune wir können die ganze Oberwelt jetzt mit Zäunen abdecken dann dürfte auch kein Goblin-Dorf mehr spawnen auch wenn das ein wenig komisch aussieht und wir dann die Bäume sind ja abgefahren aus wenn man rauskrollt äh was ich sagen wollte wenn wir überall jetzt Zäune hinsetzen würden hätten wir einmal eine recht komische Optik und wir hätten keine Bäume mehr das heißt wir müssen da von Hand immer wieder nacharbeiten wir kommen ja ein wenig voran während wir gegen den Schnee kämpfen und die Goblins und die Yetis und die Schafe und all sowas aber es ist halt harte Arbeit harte, harte Zwergenarbeit so und halt, 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 halt so Deckbomben waren wir fertig wie schaut's jetzt mit Mithril 6 Barren ist nicht so viel Kohle sieht auch nicht so toll aus so Gold, Gold Kohle ich glaube ich werde jetzt ein, zwei Folgen alles an Holz was wir auf der Karte haben abholzen oder wieder anpflanzen abholzen, abpflanzen sonst kriegen wir das echt nicht hin so weg, weg, weg alles weg so so auch wenn das bei den Tannen hier immer nur zwei Holz sind, aber na gut und hier hinten ein Portal das weg das weg die da unten machen Kohle haben wir neue Rüstung Silberrüstung, Silberhelm da 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 oh Plattenstiefel wir brauchen einmal so oder so noch Plattenstiefel weil wir ja bald wieder ein Elften haben und für den haben wir keine ne Plattenstiefel also Lager Eisenstiefel Eisen, Eisen Kohle stellen wir gleich mal zwei her falls wir später einen zwölften Zwerg haben was ich nicht so wirklich schnell kommen sehe aber so weg, 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 weg weg, weg, weg weg, 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 weg töten, weg weg, weg, weg weg, töten weg, weg so was wollten wir noch wir wollten eigentlich hier unten alles durchsuchen wobei hier nur ein riesiger unbekannter Bereich ist nach besonderen Räumen halt durchsuchen aber das muss noch ein wenig warten erst dann müssen wir hier für Ordner sorgen ach so das später anziehen so so ist ok tong, 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 tong haben wir irgendwie schon ganz viel Holz abgebaut nö warum nicht hatte ich hier nicht zigtausend Aufgaben verteilt also die verschwinden mit der Zeit ne wie äh o und und wissen wie war creator